Wow, wow. Schnüffel, Schleck, weg. Schnüffel, Schleck, weg. Tagort Bett. Darsteller? Tina und ich. Und in einer von mir nicht vorgesehenen Rolle? Bismarck. Vögeln, Klappe die Erste. Und Action! So mal. Muss er denn jetzt gerade dabei sein? Das bittet dich. Bismarck liegt immer vor dem Bett. Das hier ist sein Zuhause. Ich kann ihn doch nicht rausjagen. Ja, sagte ich. Aber er guckt mich immer so komisch an. Dabei machen wir doch gar nichts. Was macht ihr da? Er ist eben neugierig. Und will wissen, ob der Fremde lieb zu mir ist. Geht's dem Frauchen gut? Freut sich der Hund? Weißt du, was er ist? Er ist ein Spanner. Ja, ein Spanner ist er. Jawohl, ein ganz gewöhnlicher Spanner. Guck mal, der hechelt ja jetzt schon. Und seine Nase ist ganz nass. Gleich rubbelt er sich ein. Und auf dem Schleuderhonig rutschen wir aus, wenn wir aufstehen. So ist das nämlich. Und am Ende beißt er mir noch in den Arsch, dein Bismarck. Bis bald. Schleck, weg, schleck, weg. Schlüssel, schleck, weg. Uh, 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 schleck, weg. Schleck, weg.